Musik Ich glaube, im deutschen Raum gibt es niemanden, der es so ganzheitlich betrachtet und von der Persönlichkeit aus gesehen mit dieser ruhigen Art, die aber trotzdem sehr kraftvoll ist. Ich finde, er ist sehr klar, er ist sehr strukturiert, er bringt klar rüber, wie man die Sachen umsetzen kann und er hat nicht so große Ablenkung, wie andere das nur gefeiert werden. Ich finde, er schafft es durch sehr wenig Aufwand, einen total mitzureißen. Also er braucht nicht viel Tamtam, nicht viel Licht, nicht viel drumherum. Er schafft einfach mit sehr wenig Aufwand eine tolle Atmosphäre und man hört ihm super gerne zu und lernt halt einfach super viel dadurch. Umsetzung Energie Lehrreich Wundertoll Exzellent Magisch Keep Glocket Hussein ア Untertitelung des ZDF, 2020